Kennt ihr das Sprichwort? Ein Entwickler entwickelt nur 10% seiner Zeit wirklich an Code. 40% seiner Zeit sucht er nach Dingen im Internet und 50% seiner Zeit verbringt er mit Bugfixing, was leider gar nicht so weit von der Realität entfernt ist. Und deswegen schauen wir uns heute eine Antwort auf dieses Problem an, und zwar per Programming. Klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Davor lasst mich ganz kurz sagen, dass dieses Video hier unterstützt wurde von GetInIT. Die veranstalten nämlich am 22. September diesen Jahres ihre Jobmesse wieder, wo ihr auch sehr viel lernen könnt. Unter anderem werde auch ich als Speaker dort sein und einen kleinen Vortrag zu Clean Code halten. Das heißt, ja, schaut da definitiv vorbei. Am Ende gibt es noch ein paar mehr Infos dazu. Okay, jetzt aber zunächst mal zu Pair Programming. Was ist das eigentlich? Pair Programming bezeichnet den Fakt, dass man nicht alleine an einer Software entwickelt, sondern, wie der Name sagt, in Paaren. Ja, man entwickelt zusammen. Und da wird natürlich unterteilt. Das heißt, man entwickelt nicht irgendwie im Team Software, das ist normal, das ist nichts Ungewöhnliches, sondern man sitzt wirklich gemeinsam vor einem System, vor einem Stück Code sozusagen und überlegt sich gemeinsam, was könnte man da machen. Das hat einige Vorteile. Aber davor schauen wir uns mal die Rollenverteilung an. Und zwar, normalerweise habt ihr einen Driver, der schreibt wirklich aktiv den Code und sagt immer, warum und was er oder sie tut. Und dann haben wir den Navigator, der oder die beobachtet eigentlich und macht eine Review on the go sozusagen. Das heißt, eine Code Review während geschrieben wird. Man muss allerdings sehr, sehr viel reden für Pair Programming, denn da liegt wirklich der Fokus drauf. Es ist ein bisschen DevOps-y, wenn ihr so wollt. Es hat wirklich sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun, mit dem Lernen vom Anderen und mit dem gemeinsamen eben Reinbringen von beiden Gehirnen. Und man möchte natürlich auch viele Insights oder Sachen vielleicht geben, die man nicht so vielleicht im Kopf hat, wenn man gerade am Entwickeln oder am Schreiben von einem komplizierten Algorithmus ist. Der Punkt ist nämlich vom Navigator, also der, der nicht selber schreit, der sollte den Blick auf das Gesamte bewahren. Also den Code im Gesamten im Blick behalten sozusagen. Welche Methoden gibt es und wie greift das alles ineinander über und nicht sich in Details verlieren, sondern eben ein bisschen weiter weg das Ganze betrachten. Hardware-technisch ist das Ganze relativ witzig. Ihr könnt natürlich nur mit einem Keyboard schreiben, aber es gibt auch Ansätze, die nutzen sogar zwei Keyboards. Normalerweise nutzt man aber maximal zwei Mäuse und manchmal sitzt man einfach auch nur daneben und zeigt wirklich auf die Sachen. Aber da gibt es leider Menschen, die tapsen auf dem Bildschirm rum, was viele überhaupt nicht leiden können. Eingeschlossen mir. Aber es gibt auch Remote-Sitzungen mittlerweile und die haben sich während Corona tatsächlich gar nicht mal so nicht etabliert. Die sind wirklich mittlerweile ganz gut angekommen und dazu kommen wir nachher auch noch ganz kurz. Doch wie viel macht man da oder wie sollte man das Ganze eigentlich einteilen? Und dazu muss man sich definieren, was für ein Ziel man jeweils verfolgt mit dieser Session, mit dieser Coding-Session. Normalerweise definiert man wirklich Mini-Ziele und da kommt auch so ein bisschen das Prinzip von Amazon her. Ihr wisst vielleicht, Amazon hat alle elf Sekunden einen Commit und die Commits werden automatisch in quasi das fertige Produkt eingegliedert durch einige Tests, durch eine automatisierte Pipeline und so weiter und so fort. Dazu eben mehr in der ganzen DevOps-Serie. Bei Pair-Programming sieht das Ganze auch so aus, dass ihr euch wirklich sehr, sehr kleine Ziele setzt. Das heißt eben diese Mini-Ziele, die zum Beispiel eine Commit-Message ist, die ihr quasi euch vorher definiert, oder zum Beispiel auch ein Unit-Test. Und wenn dieses Mini-Ziel erreicht wird, dann wird selbstverständlich der Code committed und danach wird gewechselt. Das heißt, der Navigator wird zum Driver und der Driver wird zum Navigator. Zumindest im klassischen Sinne. Wie gesagt, das Ganze hat sehr viele Vorteile. Man sieht mehr an Code. Also das ist jetzt die klassische Pair-Programming-Variante, aber wir gucken uns gleich noch mehr an. Man sieht mehr von dem ganzen Code. Man kriegt die Erfahrung von beiden Leuten. Der eine hat vielleicht mehr mit dem Framework gearbeitet, der andere mehr mit dem Framework. Und dadurch kriegt man vielleicht auch noch so ein bisschen die Insights, die man eigentlich so bräuchte. Man hat, wie gesagt, diese Code-Review quasi on the go und man hat eben auch eine Reflexion von dem, was man selbst schreibt als Driver, weil man eben zum Reden gezwungen ist. Kann teilweise ablenken, sprich ich aus eigener Erfahrung, aber meistens ist es schon ganz sinnvoll, wenn man über den Code spricht, den man gerade hat. Hat witzige Folgen übrigens zur Folge quasi. Und zwar, wenn ihr immer Pair-Programming macht und dann irgendwann wieder alleine programmiert, dann redet ihr trotzdem vor euch hin, zumindest wenn ihr es mega gewohnt seid. Was übrigens ein ziemlich geiler Effekt ist, weil ihr dadurch wirklich euch das Ganze angewöhnt und dann kann euch jemand anders von außen relativ schnell unterbrechen und sagen, hey, was zur Hölle machst du da gerade? Und man hat natürlich ein Teamwork, das heißt, das ganze Team baut sich auch so ein bisschen mehr auf, weil man wechselt ja auch die Partner durch. Man ist nicht immer mit demselben Partner im Pair-Programming drin. Das wäre für die Harmonie nicht wirklich so zuträglich. Und noch ein Pluspunkt, man fokussiert sich mehr auf das, was man wirklich machen möchte. Auf das, was man gerade am Tun ist und man lässt sich vielleicht so leicht ablenken über irgendwelche Webseiten, die man halt nebenbei noch offen hat, irgendwelche Online-Spiele oder whatever. Okay, so. Und da kommen wir auch schon zur ersten, etwas spezielleren Variante. Und zwar dem Ping-Pong. Das Ping-Pong ist etwas, was ich persönlich ein paar Mal jetzt schon gemacht habe und ich finde das sehr, sehr gut, denn es definiert so ein bisschen, wie man mit Test-Driven-Development umgehen kann, während man gleichzeitig Pair-Programming hat. Ganz kurz, Test-Driven-Development ist eine Art, Code zu entwickeln, wo man zuerst den Test schreibt und dadurch definiert, wie etwas sein sollte. Und danach schreibt man den Code dazu. So, und jetzt, wenn man das Ganze auf Pair-Programming überträgt, dann schreibt man eben zuerst den Test. Das heißt, sagen wir einfach mal, Ping ist der Test, den Unit-Test zum Beispiel, den man definiert und programmiert und da schreibt Person A, ja. Das heißt, der erste Developer zum Beispiel. Und der zweite Developer sitzt nebendran und guckt dem Ganzen eben zu und kommentiert das Ganze als Navigator. So, und dann kommt das Pong. Wenn der Unit-Test fertig geschrieben ist, dann wechseln die beiden die Rollen und der Developer B entwickelt den Code zu dem Unit-Test, damit das nicht mehr fehlschlägt. Und das heißt, damit da quasi die Funktionalität drin ist. Und dann kommt wieder ein Ping. Da wechseln die Developer wieder. Das heißt, der ursprüngliche Mensch, der den Test geschrieben hat, ist wieder am Schreiben. Und der soll dann den Code refactoren. Das heißt, quasi überarbeiten, damit er schöner aussieht, damit er effizienter ist von mir aus, damit er besseren Code-Stil hat und so weiter und so fort. Und dann macht man wieder ein Pong. Das heißt, der erste Developer, äh, der zweite Developer, fängt an und schreibt den nächsten Unit-Test. Und der erste Developer ist der Navigator. Und dadurch haben wir quasi den, der, der vorher der Navigator beim Testschreiben war, ist jetzt der Driver beim Testschreiben. Und der, der vorher der Driver beim Testschreiben war, ist jetzt der Navigator. So schreibt man auch mal Unit-Tests und schreibt den Code, schreibt wieder Unit-Tests, schreibt wieder den Code. Und so wechselt sich das Ganze eben immer ab. Deswegen Ping-Pong. Ja, Ping ist immer der erste Developer, ist der Driver, und Pong ist immer der zweite Developer, ist der Treiber. Und, ähm, ja, ist eigentlich ein ganz gutes Prinzip, wenn beide relativ auf einem Level sind und ihr Test-Driven-Development macht. Das funktioniert tatsächlich sehr gut und führt zu weniger Fehlern und so weiter. Aber dazu kommen wir gleich noch. So, dann gibt es allerdings noch den, das Strong-Style-Pairing. Das Strong-Style-Pairing ist, wenn der Navigator ein Senior-Developer zum Beispiel ist und der Driver ist ein Neuling oder zum Beispiel jemand, der einfach neu im Betrieb ist, neu beim Programmieren ist, vielleicht mit dem Framework noch nicht gearbeitet hat. Und der Navigator ist immer derjenige, der schon ein bisschen Erfahrung damit hat und das Ganze schon mal gemacht hat. Und bei dem Strong-Style-Pairing wird das Ganze dann so gemacht. Der Driver, also der, der neu, oder quasi der Noob ist einfach in diesem Bereich, der schreibt den ganzen Code und der Navigator gibt ihm oder ihr seine ganzen Insights. Ja, das heißt, die ganzen Gedanken, die ganzen Erfahrungen mit dem Framework, die ganzen Sachen, die man falsch machen kann und was man besser machen kann. Und dadurch hat man einen Guide, direkt quasi eine Einarbeitung für den Driver, weil man arbeitet ihn oder sie ja auch direkt in den Code ein. Und das ist das, warum das auch sehr, sehr beliebt ist, gerade Pair-Programming bei Anfängern im Coding. Ja, warum manche Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden, das muss der Driver erst mal so hinnehmen. Das heißt, der Navigator sagt wirklich, ey, du machst das jetzt so, du machst das so, du machst das so und du machst das so. Und der Driver schreibt einfach nur den Code, damit man so ein bisschen reinkommt. Während, warum das Ganze so gemacht wurde, also quasi die, was genau ist das eigentlich dahinter, das klärt man normalerweise, nachdem man diese Session fertig gemacht hat. Und hier kommen wir auch so ein bisschen zum Thema Time Management, aber das möchte ich auch gerne ein bisschen nach hinten verschieben. So, und der letzte Punkt, wie man das Ganze, wobei eigentlich nicht der letzte Punkt, aber was man auch noch machen kann, ist sogenanntes Pair-Development. Das ist nochmal ein bisschen mehr als Pair-Programming. Und zwar, beide sind ungefähr auf demselben Wissensstand und man möchte den Fokus direkt darauf setzen, dass diese Sachen, diese Features, die definiert werden, dass die wirklich richtig definiert sind, dass alle dasselbe Verständnis davon haben. Und dazu macht man normalerweise eine Art, naja, erstmal möchte man eine Lösung finden, das heißt, man überlegt sich, was ist eigentlich meine Zielsetzung, wie komme ich zu dieser Zielsetzung hin, das kann man erstmal besprechen und dann überlegt sich jeder seine eigene Lösung, wie man da hinkommt und eben während diesem Gespräch, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber während diesem Gespräch, was eigentlich mein Ziel ist bei dem Feature und was da gemacht werden muss, also quasi in diesem Prozess von Feature zu Code, beziehungsweise hier ist Feature, da ist Code, ja. In diesem Prozess kann sehr, sehr viel schief gehen und man kann Sachen zum Beispiel falsch verstehen. Ihr kennt, glaube ich, das Meme mit, was der Kunde bestellt hat und was er am Ende wirklich bekommen hat, das ist genau das Thema und wenn man da drüber redet, direkt während man an dem Feature arbeitet, dann hat man sehr, sehr häufig viel weniger Probleme, das Ganze dann auch richtig zu implementieren, weil man merkt, dass andere Leute vielleicht einfach andere Vorstellungen haben und wenn beide zum Beispiel neu in einer Technologie sind, dann kann man Fragen eben auch gemeinsam definieren, man kann definieren, was ist vielleicht unklar, man kann sich getrennt einarbeiten und dann kann man gemeinsam wieder zusammenkommen und den Code schreiben. Okay, so, jetzt haben wir ungefähr die Styles so ein bisschen durch. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie sollten wir das Ganze angehen? Das heißt, wer sollte mit wem gepaart werden und auf was sollten wir achten, wenn wir wechseln? Das heißt, ja, natürlich, man kann nicht immer beim selben Partner bleiben und vor allem Krankheit, Urlaub sollte da logisch sein, aber grundsätzlich ist es auch nicht empfehlenswert, wenn man immer mit derselben Person arbeitet, weil irgendwann kennt man diese Person, man sollte aber auch das andere Team kennenlernen, sonst hat man irgendwann nur noch den Fokus auf diese Person und wenn die dann zum Beispiel eben Urlaub oder krank ist oder sowas, dann hat man ein Riesenproblem. Man braucht auch diese Abwechslung so ein bisschen, damit man sich nicht zu sehr auf die Pelle gerückt ist, sondern damit man halt auch ein bisschen für sich sein kann und ein bisschen durchatmen kann, sonst ist das Ganze ein bisschen erdrückend, weil man sitzt halt wirklich vor dem selben System zwei Personen, ja, das müsst ihr euch schon so vorstellen. Das kann auf Dauer sehr, sehr anstrengend sein. Man möchte auch zudem noch ein bisschen mehr Code kennenlernen und wenn man immer an demselben Feature arbeitet, dann verbeißt man sich da irgendwann rein und zudem, wenn man wechselt, dann hat man automatisch noch eine dritte oder vierte Person, die vielleicht den Code anguckt. Das heißt, wir sollten durchaus mal die Partner ein bisschen durchwechseln, aber hier stellt sich natürlich die Frage, wie häufig und die Antwort, die jetzt Experten da so grob sehen, sind drei Tage bis hin zu zwei Wochen ungefähr. Das ist maximal abhängig von dem Mensch, der ihr seid und maximal abhängig von den Leuten, die ihr im Team habt, denn manche Leute wollen halt einfach länger mit einer Person arbeiten, vor allem Leute, die vielleicht neu sind und noch nicht so gut im Code sich zurechtgefunden haben, während andere, naja, die wollen halt ständig irgendwie durchwechseln, damit sie möglichst viel Abwechslung haben und das ist wie gesagt eben auch Typsache. So, jetzt ganz kurz zu der Sache mit dem Remote, die ich vorhin angesprochen habe, das geht natürlich durchaus auch. Allerdings solltet ihr dann darauf achten, dass ihr wirklich mit Webcam arbeitet, damit ihr die andere Person sehen könnt und ihr solltet gute Audioqualität und Videoqualität haben. Ansonsten funktioniert das ganz einfach nicht, weil man dann halt mehr mit Fixen von dem Videochat irgendwie beschäftigt ist als mit irgendwas anderes. Also wahrscheinlich in Deutschland nicht wirklich möglich, haha, kleiner Wortwitz hier an der Seite, aber grundsätzlich ist das eine sehr, sehr gute Idee. Okay, so und jetzt zu den wichtigen Punkten ihr generell bei Pair-Programming beachten solltet. Der erste ist ein bisschen witzig und ist tatsächlich schon häufiger mal ein Problem gewesen und zwar eure eigene Körperhygiene. Es sei denn, ihr macht Remote, dann ist völlig egal. Aber grundsätzlich sollte derjenige nicht stinken, mit dem ihr an einem Rechner arbeitet und das ist tatsächlich ein Punkt, das ist halt genau dieses Culture, den man da auf den Grund gehen sollte. Hört sich komisch an, aber man muss es einfach drauf, man muss ein bisschen drauf achten. Das zweite ist, man sollte nicht komplett blind mit der Person sein. Das heißt, man sollte nicht komplett sich fremd sein, weil es ist schon irgendwie intim, wenn ihr sechs Stunden am Tag, vielleicht bis zu zwei Wochen lang mit dieser Person an einem Projekt arbeitet. Das ist viel Zeit, das ist ein Viertel von eurem Tag, okay? Und wenn ihr dann, wie gesagt, einen normalen Acht-Stunden-Tag habt, ihr solltet generell nur maximal sechs Stunden mit einer Person zusammenarbeiten, nutzt die restliche Zeit für E-Mails, für Meetings oder auch für andere Sachen, wie zum Beispiel Einarbeiten oder sowas. Ihr solltet nicht mehr als sechs Stunden am Tag per Programming machen, das wird auf Dauer einfach viel zu anstrengend. Aber wie gesagt, diese Person, mit der ihr dann bis zu sechs Stunden am Tag für bis zu zwei Wochen irgendwie arbeitet, das ist ein richtiger Partner, ja? Das ist ähnlich wie bei der Polizei. Man sollte sich ein bisschen kennenlernen, man sollte vielleicht auch mal was gemeinsam essen gehen oder sowas, was zocken oder irgendwas anderes gemeinsam machen, damit man sich nicht komplett fremd ist, dann läuft das auch deutlich besser. So, dann kommen wir noch zu einer Regel für, oder zwei Regeln eigentlich für den Navigator. Es gibt das sogenannte Micromanagement, das kennt man vielleicht aus Strategie, Echtzeitstrategie spielen, das solltet ihr definitiv sein lassen. Das heißt, was ist Micromanagement? Wenn der Navigator sagt, System, Punkt, Print, Leertaste, Steuerung, Leertaste, Enter oder sowas, oder Dev, was geht ab, Klammer auf, Klammer zu, Doppelpunkt, neue Zeile. Sowas ist Micromanagement, also quasi das wirkliche Diktieren von Code, das macht keinen Sinn. Der Navigator sollte eher so ein bisschen zurück sich halten und eher so den Fokus haben, was muss gemacht werden, was ist unser Ziel und wo könnte eigentlich was schief gehen? Welche Libraries brauchen wir vielleicht im Hintergrund? Welche Funktionen sind hier hilfreich, um dieses Problem zu lösen? Haben wir dafür eine Funktion oder müssen wir das gerade noch selber schreiben? Solche Sachen sind eher was, was der Navigator macht. Da gibt es auch noch eine kleine Regel und zwar die sogenannte Fünf-Sekunden-Regel. Die ist ganz grob erklärt, wenn der Navigator einen Fehler findet beim Driver, also in dem Code, den der Driver geschrieben hat, sorry, dann solltet ihr fünf Sekunden warten, bevor ihr den Driver darauf hinweist, denn man vertippt sich auch einfach mal und irgendwann artet das dann aus in Ja, jetzt sagt mir nicht schon wieder, dass ich da ein N zu viel geschrieben habe oder sowas, sondern lass mich einfach machen nach dem Motto, ich merke sowas schon selber, wenn ich irgendwie ein Typo drin habe, aber wenn es halt wirklich ein Typo ist, der drin bleibt, dann sollte man denjenigen darauf hinweisen. Deswegen fünf Sekunden warten, bis ihr jemanden darauf hinweist, vielleicht findet das ihr selber. Okay, und ganz kurz noch die letzte Frage, wen sollte man vielleicht überhaupt zusammenstecken? Ja, da haben wir ja schon ein paar Sachen kennengelernt und das Beste, was ihr machen könnt, ist eben wirklich die Einsteiger mit den Seniors oder die Umsteiger mit den Seniors zu matchen, aber grundsätzlich empfiehlt es sich auch Personen zu matchen, die vielleicht unterschiedlich sind voneinander, weil unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit vielleicht unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen auch, können vielleicht auch ein bisschen anders denken. Das kennt man hauptsächlich aus der Hacker-Community, die denken häufig irgendwie eher in diesem Sinn, wie kann ich das kaputt machen? Das heißt, ja, im Endeffekt, wenn ich da jetzt eine Minus-Eins reinstecke, dann fliegt mir das ganze Ding um die Ohren und der Entwickler denkt sich, ja, Minus-Eins wird da niemals reingesteckt, das ist schon in Ordnung. Nein, das ist nicht in Ordnung, deswegen sagt der Hacker zum Beispiel dann einfach dem Driver oder dem Entwickler, ey du, da solltest du vielleicht noch einen Check einbauen. Sowas in die Richtung. Das heißt, dass da wirklich verschiedene Mindsets zusammenkommen und man sich gegenseitig gut ergänzt. Darum geht es ja beim Pair-Programming. Und in dem Sinne, war es das von meiner Seite auch eigentlich schon fast wieder. Es gibt bald hoffentlich eine Option, wo ihr euch vielleicht zum Pair-Programming matchen könnt auf meiner zukünftigen Webseite. Wir arbeiten auch unter Hochdruck wirklich dran. Ich hoffe, dass wir bald fertig sind und bis dahin, vielleicht findet ihr ja auf dem Discord jemand, der mit euch Pair-Programming machen möchte. Würde mich wahnsinnig freuen. Link zu Discord ist natürlich unten in der Beschreibung. Und jetzt nochmal ganz kurz zur Job.io von GetInIT. Die findet, wie gesagt, am 22. September 13.30 Uhr fängt das Ganze an und es geht fünf Stunden lang dort. Fünf Stunden lang Vorträge, über 20 Vorträge von mir, von anderen Leuten, die sich in der IT wirklich auskennen. Ihr könnt euren Lebenslauf komplett kostenlos checken lassen. Ihr könnt bei Unternehmen mal in den Arbeitsalltag reinschnuppern und einfach auch mit denen chatten und vielleicht ein bisschen kennenlernen. 35 Unternehmen gibt es dort und ja, ich glaube, das Ganze ist ein geiles Event. Ihr könnt dort sehr viel mitnehmen. Ihr könnt vor allem auch sehr viel Netzwerken und ihr könnt auch super gut einfach Jobs finden. Also wie gesagt, hier über 600 Jobs, fast 700 Jobs könnt ihr bei 35 Unternehmen finden. Die suchen tatsächlich alle richtig, richtig hart. ITler sind einfach, ja, sind einfach gefragt und deswegen ist das Ganze natürlich für euch wie immer kostenlos und die Unternehmen dürften dafür bezahlen und natürlich dann eventuell auch euch kennenlernen. Okay, eine Sache möchte ich allerdings noch kurz sagen. Ich durfte ja schon zweimal als Speaker bei der Job.io auftreten. Ihr könnt die ganzen vergangenen Events auch natürlich nochmal verfolgen. Dementsprechend sind hier die ganzen Talks, wie gesagt, auch zwei von mir dabei und eben aus der Messe im März und aus der Messe im Januar dieses Jahr und ja, die waren alle wirklich super. Also ich war ja, wie gesagt, schon zweimal. Die Messen sind immer toll und spannend gestaltet. Ich kann das wirklich nur empfehlen und wie gesagt, für euch kostet es nichts außer ein bisschen Zeit, aber wie gesagt, es macht auch sehr viel Spaß. Dementsprechend freue ich mich, euch dort wieder zu treffen und wir hören uns dort wieder. Bis dann. Ciao.